Ich bin gerade dabei, ins Vulpera-Gebiet zu reisen, weil ich nur 50 geworden bin und dadurch eine Spezialmistung im Vulpera-Gebiet bekomme. Ah, ich muss die ja mal ganz kurz ein bisschen leiser machen. Hey, kannst du kurz was sagen? Test, Test, Eins, Zwei. Perfekt. Danke, Hün. Ich habe immer noch meinen fetten Eber. Hat dich in die Frisches getauft? Äh, ich glaube, du hast den umbelandt, ja. Nee, das war ein Teso. Ach stimmt, in Teso hatte ich meinen Frisches. So, sobald ich das Vulpera-Gebiet kurz gemacht habe, das dürfte eigentlich nur meine Mission sein, komme ich zurück nach Orgelmon und dann zurück in dein Gebiet. Ja, ist gut. Ist gut. Ich muss erst mal mir hier einen Überblick verschaffen. Ach, das war's, okay. Ja, meine Katze. Ja, ich kann schon fliegen. Ja, in dem Gebiet, wo ich gerade bin, kann ich leider nicht fliegen. Dafür musste ich eine weitere Stufe lernen. Dafür fehlt mir momentan das Gold. Ah je. Jetzt kann ich, wie viel habe ich denn? 1.472. Gold. Ich muss erst mal nach, äh, Nachwärter von Terracor zurück. Terracor, so. Hm? Über diesen Gegner. Ich will doch nur hier vorbei. Hallo. Ein riesen Umweg hier. Ah, schön. Schön, schön, schön. Fliege ich richtig? Fast. Jetzt fliege ich wieder richtig. Ich habe meine Heilung nicht. Egal, glaube ich gleich, wer ist. Tut halt kurz hin. Ich muss erst mal, dass ich Quests gleich annehmen. Die ich nicht vorlesen werde. Ich werde sie überfliegen für mich. Aber wenn ich jetzt alles vorlese, was in Schattrad los ist, dann... ...sitzen wir da in drei Jahren noch. So, da ist man ja... Mein toter Körper liegt da. Dreck von der Edith, geil. Mein toter Körper. No. Ja, ein toter Fuchs liegt da rum. No. Oh. Oder das Füchschen. Ah, ein toter Füchschen. Hm. Ja, noch zehn Level, dann habe ich zwei Sechziger. Da habe ich meinen Pandaren und meinen Flubs auf Level Sechzig. Äh, 38. Bald habe ich meinen zweiten Fünfziger. Ich habe auch ein bisschen mehr gespielt, glaube ich, in letzter Zeit. Äh, nur ein bisschen. Ich habe mindestens einmal pro Tag eine Idee gemacht. Ja. Ich war mit der Insel in den FF beschäftigt. Lass mich. Dafür habe ich da fast Stufe Zehn. Sehr gut. Ja, ich glaube, wenn ich mich nachher nochmal einloggen würde, würde ich Stufe Zehn erreichen noch. So, da vorne ist das wohl Pera-Gebiet. Dann glaube ich noch 800 XP, die ich brauche auf der Insel. Nice. Hm. Dann muss ich aber erstmal alle Gebäude hochkriegen. Ich glaube, ich bin immer noch Level 1 oder so. Ja, ich weiß nicht. Tradition der Fult Pera. Es kam halt so. Also, ich habe jetzt nicht wie Luna die ganze Zeit da gegrindet. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Okay, es war nur ein Titel. Äh, ne? So ein paar Sachen habe ich dann durch die Gebäude gemacht. Bin ich den ganzen Weg nur für den Titel hingereist? Egal. Ja, ich bist du. Wuppe. Der ist schon wieder in der Quest. Gib mir Quest. Dann reise ich mal mit meinem Urstein zurück. So, und erst mal mit dem Tee stürpen. Uh, was für ein Tee? Hm. Ist der? Hoch? Äh, New York Chai heißt der und da ist drin... Steht nicht drauf. Na, das schmeckt bestimmt gut. Ist auch wie... Ist auch wie... Ich weiß auch wie immer, was nach Honig drin ist. Das andere weiß ich leider gar nicht. Alles gut. Das könnte Räumusch-Honig sein oder so. Ich hoffe, meine Stimme ist nicht zu rau heute, weil, wie gesagt, ein bisschen heiß. Ich bleibe. Hat morgen angefangen. Ich dachte mir so, geil. Hm. Ich will schon wieder krank werden. Nervig habe ich auch noch drauf, besonders, weil ich Sonntag Kunden habe, zu denen ich muss. Ja, gut. Das wäre dann mehr als schlecht. Yep. Ich meine keine Stimme? Okay. Kein Problem. Krank? Scheiß-Problem. Yep. Ich glaube, das kommt auch nicht so gut. Nee. Ein Fischhändler. Deswegen hier und da mal eine Tabette fressen und Tee trinken. Ja, ich hoffe, dass du nicht krank wirst. Ich hoffe es auch, sehr. So, ich glaube, das Portal war unten. Ich meine. Wenn ich mich jetzt recht entsinne. Ich laufe hier noch in die Stadt gerade rum und nehme alles an, was nicht nid- und nagelfest ist. Ob das jetzt so gut ist, weiß ich nicht. Ja, die Stadt gerade da ist es. Teleport. Die blauen Sachen nehme ich jetzt aber nicht an. Dann meine ich wiederholbare Dinger, die nehme ich nicht an. Ja. Ja, das sieht hierbei auch schon. Ich glaube, da bin ich komplett durchgegangen. Ja, ich gehe hier gerade im Rink lang. Und schaue, ob ich irgendwas habe. Ja, da ist wieder was. So, was wird fehlt noch? Heikrock. Dann ist erst mal... Wutte! Frisches! Frisches! Guck guck! Frisches! Hey! Hey! Guck mal, dann leuchtet Katze. So. Das ist Fruchtiger. Fruchtiger? Nein, das stimmt. Stimmt, das können Fruchtiger sein. Oh mein Gott, hier hast recht. Ja, das ist Fruchtiger. So, Synchronisation. Hm, das ist ja schmeckt mein Engel. Garne Schnitzel. Wie vegetarisch. Und, wie schmecken die? Ich habe sie ja noch gar nicht probiert. Ich würde sie nicht schnitzeln. Okay. Aber ich würde sie nicht. Also so wie ich mit meinen Fischstäbchen, die keine Fischstäbchen sind. Bieschnitzel. Bieschnitzel? Bruchtiger. Bruchtiger. Mach das. Mach das. Okay. Schreib es dann nochmal im Schild, wenn du ins Bett gehst. Komm ich nochmal hoch. Okay. Hat der Hänger reingepasst? Ja. Gut. Natürlich. Ja, ich frage ja nur. Ich bin doch neugierig. Hat reingepasst? Oh. So, wann soll ich dir die Einkaufsliste schreiben? Ja. Okay. Äh, ich weiß eigentlich was an der Sache kommt. Ja, ja gut. Aber ich... Aber ich... Aber ich... Ja gut. Egal. Machst du sowieso. Ja. Nicht? Okay. Ah, fuck's hier. Okay. So, jetzt bin ich aktiv da. Meine bessere Hälfte. Hi. Hallo. Die Quest hast du ja jetzt auch, ne? Äh, nö. Weil ich hier alles schon fertig hab. Achso, ja stimmt. Oh Gott, ja stimmt. Oder ich müsste es neu annehmen, sozusagen. Nö, nö. Nö, nö. Du heilst mich einfach. An sich bin ich in diesem Gebiet hier schon durch. Du, du heilst... Ich bin momentan unten entweder im Schattenmondtal oder oben bei den Shergard oder im Nahkrant. Hm. Das Gute ist, dadurch dass du Heiler bist, ich kann einfach reinrennen und du kannst mich heilen. Besonders ich hab halt schon alle meine Skills, ne? Ja. Weißt du... Ich musste so lachen, als du gesagt hast, beim Quest braucht man nicht unbedingt Heiler. Oh, hast du ne Ahnung, wie oft ich allein gestorben bin? Dann machst du irgendwas falsch. Hast du ne Ahnung? Ja, ich bin's halt so gewohnt so, ach ja, ich renne dann mal und oh. Habe ich als Krieger auch, aber ich glaube ich tropste manchmal nicht. Jaaa... Also sagen wir so, es ist nach einer Zeit weniger geworden, aber... Es ist jetzt so nicht so, dass ich sagen kann, hey, ich überlebe. Was liegt an? Bleibt gut drauf! Aber hier müsste es dann ja... Ach ja doch, hier unten gibt's ja dann... Das Schattenlabyrinth... Auch ein Krypta und Mana Ruft und das andere. Da kommen wir ja heute definitiv hin. Da machen wir... Dafür wird er noch ne Gruppe finden. Bestimmt... Bestimmt... Jovi hat immer irgendwelche Suchtis. Nachts. In der Woche. Also wenn ich mir manchmal angucke, so von den Kategorien her, Jovi hat immer was. Selbst nachts oder morgens um vier. Das ist manchmal ein bisschen unheimlich. Habe ich jetzt alle Quests? Ne, da ist noch irgendwo was. Ne, da ist noch irgendwo was. Ehre dem König... Oh, unbedingt mehr Reitschirai. Frag mich mal! Ich mit meinem... Wie viele habe ich? 38? Wissen ist Macht. Ich habe eins, zwei, drei, vier, fünf. Das war glaube ich die Hauptquest. War das die Hauptquest? Wir werden einen Weg finden. Ah... Weißt du, was nur ein kleines Problem ist? Du musst jetzt mit deiner Ausrüstung so wie sie aussieht leben. Ich habe nichts mehr um sich zu transporten. Ja, alles gut. Ich versuche einfach nur meinen Bogen nicht zu ändern. Auch wenn ich gerne transporten würde. Dufte! Mach dein Abo neu! Was? Ich habe halt keine Ahnung, was dieses komische Mammut kostet. Ob das echt Geld kostet, ob das Gold kostet. Ähm... Mh... 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 Findet man das irgendwo? Dann reibt hier auf jeden Fall. Ich sehe da jetzt keinen Mammut, aber irgendwo war da mal was. Mh... Ich weiß, dass irgendwann mal im... forum vieldefiden. Ich blieb doch ganz nehm. Okay! Egal, ja... die wir mit dem extr problemen schenken. Eigentlich fällt also dieses Auylen. Aber das dann verschriert... verlesen. Man hat sonst zu refrain... Dann si mal zuuchen. Dieser� ist auch an www. 사실ist fiquei schön auf dem gaming дом'! Und ichリippe dich Yel Colt vom Haufen Serien. eine reiche für drei personen mit händlern genau so vollkaufpreis 20.000 gold 20.000 ja gut ich habe gerade mal 1400 bei 800 wird ein gold vielleicht direkt demnächst hier am besten rein schütten sollte man wissen so eine ganze kanne machen oder ist der wird halt so schnell kantern ja und wickel und und wie ist das andere galeonen club galeonen waren das da oben muss ich hin ich glaube das hat hatte ich beim letzten mal schon die finsteren zeiten werden vor nein ciao ich bringe aber meine bücherregale rein ist in ordnung oder irgendwo hatte ich doch hier gerade noch eine quest gesehen wir sind verarschen okay ist egal dann arbeiten wir uns von da einfach um zwischendurch machen wir dann instanz die richtige richtung ich glaube ja diesen weg richtung ich sehe dich ja ich muss immer noch ein bisschen so ein bisschen nach rechts gucken es herrschen halt ist die diskussion und wegen dem formel 1 das einzige formel 1 was ich kann ist das formel 1 2000 wenn ich heutzutage vor mir einspiele ich sollte es lassen der land nicht mehr im graben als sonst wo ja das rennleitung so anstrengend sein kann immer an dem zeug zu beschweren beschweren erst wird gemerkt dass es random team mails gibt jetzt wird gemerkt dass die dass man mit hilfe fahren darf und so manche ja gut formularis genau frisches formularis 1 das schlimmste ist dann müssen wir jetzt oder muss ich immer nach händlern suchen wo ich mir ein scheiß verkaufen kann dufte fehlt mir jetzt schon wo ich ausgerechnet dich der ist nervig bei dem bin ich auch scheiß hast gestorben das schlimmste ich brauche den kerl ich mag dieses wörter von das ist doch was anderes habe ich aber auch wunderbar ein fußi bei dem ich immer gestorben bin grundsätzlich so wo war denn war das das hier ne welches war das denn noch mal was ich brauchte tötungsbefehl war es ist nämlich age of wunders ja world of wunders age of wunders ist das gleiche aber ich glaube ich habe hier in der gegend wieder viecher die ich ne den bräuchten ich äh viecher die ich zähmen kann ja das kann gut sein ich habe davon keine ahnung ich kenne den jäger nicht ne ich weiß ja vom ich habe ja ab bereits einen jäger und ich meine ich hatte hier mindestens zwei tiere die ich mir zähmen haben wollte und konnten sollten tun ne ich liebe den jäger einfach weil man damit Tiere zähmen kann aber ich weiß wohl nicht in welchem gebiet es meine katzen gibt wie widerlicher troll rot hm ich weiß aber dass es hier die große fette spinne gibt ich weiß dass es nicht die größte ist aber es gibt hier eine große dicke fette spinne die wir heute bestimmt noch einmal sehen werden einfach nur um zu demonstrieren wie ekehaft das ist wenn du nicht weiß dass sie da ist ja das war glaube ich auch schon gesehen ne die eine spinne die ist irgendwo hier unten im kleinen entfernten rand von den wäldern hier unten gibt glaube ja ja ich bin mal unsicher ob ich da war boah wenn ich zeige dir den nachher dafür opfere ich mich bin in der loo ich mach das frisches und sag bescheid wenn du ins bett gehst dann該omb gerade der die 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 ich die du 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 um mir Angst oder Sorgen machen zu müssen. Ach nein, das ist der schon wieder. Dass ich sterbe. Mich wundert, dass deine Tiere das nicht vernünftig tanken, dass das Vieh trotzdem auf dich schießt. Hm. Ich weiß aber auch nicht, woran es liegt. Knurren hast du aber an, oder? Hm, ja. Oh, mein Gott. Ja, doch. Ich guck, ich war selten und schon stirbst du halb hier. Doch, Knurren ist an. Da habe ich eben zum Prüfen nochmal an- und ausgeschaltet. Ich finde es einfach cool, dass ich zwei Pats habe. Ich weiß auch nicht mehr, mit welchem Skill ich das gelernt hatte, dass ich die mit zweien habe. Aber das würde ich für den anderen nämlich auch gerne haben. Ich mach mir dafür einfach nochmal neun. Ich hab' einen persönlichen Heilerfuchs. Ja. Hä? Ruhig mich dezent. Ich hab' einen Skill, ich bin dein Priester. Geh weg. Hä? 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 Die sind schon tot. Nämlich gerade. und der letzte glaube ich der letzte dann als nächstes dahin da hat mir das mal fokus auf dich gesetzt damit ich nicht ihm anklicken muss sondern einfach nur das große symbol ich bin fokussiert dein mod ist cool ja ich weiß gar nicht mehr wo ich den herr das wäre erst mal eine nächste frage gewesen ich glaube ich glaube das war beim prime loot ja ich weiß gar nicht ich hatte jetzt irgendwas auch wieder beim freien nun die weißt du schon wieder nicht was gewesen ist irgendwas hatte ich jetzt auch beim freien gut bei mir ist noch nichts neues letzte was es da gab waren die kronen und so oder war das bei esos wo ich wieder was ich weiß es nicht irgendwo hatte ich auf jeden fall wieder vor allem gut wie viel platz habe ich noch makellose schimmer schuppen mal komplizierter name ging nicht unter dem meer unter dem meer da gehen wie gesagt sein land schon wieder los makellose schimmer schuppen mal was brauche ich von dich ah ok ich weiß was ich von dem brauche ich glaube du solltest eigentlich so ein unter wasser trinkt damit ich hierfür gekriegt haben ich weiß ich muss immer zwischendurch auftauchen sonst erträgt der fuchs ja macht der fuchs nur noch einmal blub das kann wieder ewigkeiten dauern also die ane möchte ich nicht gezähmt haben wäre auch ein bisschen komisch wenn die auf einmal an land zu und an folgen ich würde mir dezent sorgen um den aal machen aber nur dezent vielleicht fliegt er dann in so einer luftbubble mit in seiner einzigartigen wasserbubble in so einer parla bubble ja das wäre irgendwie cool alter hoch hoch ich muss auftauchen hoch ja rein theoretisch müsste ich das play auch mal weitermachen ja klar ich würde mir nochmal schnell ein tee einnehmen mach das komm hier du kleiner süßer guck mal guck mal äh oh jetzt haben wir es ja süßer honig und zitrone ist in geteck zitrone ist immer gut eigentlich ein bisschen säure ob das so ein geiles für den hals wir haben leider kein selber tee das möchte ich den trinken ja gut der ist natürlich besser aber leider habe ich den gar nicht ich glaube wir haben noch welche ich schiebe ihn dir durch die leitung den nehme ich gern bei mir nur so eine riesenkanne voll und dann gut das eine noch dann haben wir es ich muss mir nächste woher auf jeden Fall einmal wieder ein pack Zeit nehmen das dass ich Classic mal weitermache damit ich ein paar Parts im voraus mal wieder habe das Problem ist ich muss grinden ja grinding ich muss halt leveln weil ich zu schwach bin um die eine Quest zu machen will ich momentan bei Destiny 2 muss ich eigentlich auch nicht level grinden aber einfach ja ich hab's ja ich hab's aber jetzt da ich level 50 bin kann ich auch nicht eine Gilde aufmachen ein Wunder ist passiert und hoch eine Gildentapel ist erschienen ja so das brauche ich hier Schreckensgiftbeutel den kriege ich jetzt wo oh Spinnen oh mein Gott aber da ist meine Terrormotte ich will meine Terrormotte haben ich will meine Terrormotte das heißt ich muss jetzt erst einmal äh nicht wiederbeleben ich würde dann Begleiter freigeben oh Bloßwerk von dieser Spinner dann mhm 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 abruf bereit ich hab noch keinen dritten Begleiter denn ich kenn mich mit dem Jäger freundlich aus mhm mhm Ah, ich verfüge bereits bei einer aktiven Beschwörung. Aber welche? Ich weiß nicht, es ist immer eine aktive Beschwörung. Stärke, Bahnbrecher, Bewegungsgeschwindigkeit. Hm. Muss ich es verstehen? Schönen Sie einen freien Platz zum Möbelbegleiter rufen. Da habe ich die doch alle schon voll. Ne, es sind nur zwei. Hm. Immer wieder komplett überfragt ist. Bis zum nächsten Mal. Da sind wir gleich für algumas 하루 der Aufrucke aufgenommen. Untertitelung des ZDF, 2020